So und damit herzlich willkommen zu einer Runde Teamolia 1 gegen 1. Und zwar machen wir jetzt zweimal Best of 5, einmal mit Tobis Kit, einmal mit meinem Kit. Und jo, Tobis Kit besteht aus einer Kettenrüstung und Schadenstränken und einem Infinity-Bogen und einer Angel. Ja, das ist wichtig. Eigentlich hätte ich zehn Angel reinpacken müssen, dass es mein Kit wäre. Ja, aber Infinity-Bogen ist halt mein Gebiet, ne? Ja, schon. Dazu muss man noch sagen, eigentlich wollten wir heute auf Berg-Berg-Labs aufnehmen, da müssen wir uns nochmal entschuldigen, beziehungsweise eigentlich müsste ich Berg-Berg-Labs bei uns entschuldigen. Ja, den Server irgendwie, den gibt es wohl nicht mehr, ne? Ne, wir garantieren aber anscheinend geht der Server sowieso am zweiten aprilischen Offline und der ist auch heute anscheinend schon nicht mehr erreichbar. Ja. Und deswegen, jo, sorry dafür. Ja. Jack, wir brauchen andere Ideen. Das war nicht auf Berg-Berg-Labs, leider. Oh, Hit. First try, first hit. Ja, Mori. Eie, Junge, ich lauf einfach voll rein. Alright, Doc. Und vorher jetzt irgendwelche in die Kommentare schreiben, Aim-Hack, nix da, ich bin einfach gut. Hack is real. So wie Tobi sein Angel-Hack drin hat, weg noch nicht, man. Oh, oh, oh. Da versucht er mit Schaden, ach shit. Fett getroffen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tränke für Miesenschein! What the fuck? Weißt du wieviel der scheiß Trank gezogen hat? Ne? Neun Herzen, alter! Was ist denn da los? Alter, die muss ich erstmal raus machen. Nee, das geht jetzt fertig machen, man. Komplett unfair, alter, die Tränke. Also, Runde 1 gewonnen. What the fuck, alter! Oh, gibt immer noch einen drin. Hä? Ich hab schon grad raus. Egal, passt. Runde 2. Tobi hat, nachdem er grad bemerkte, dass die Schadensprinke doch zu stark sind, drei davon jetzt mal rausgenommen. Also, einer ist okay. War ja grad der, der aufs Maul gekommen hat. Alter. Als ob du einfach noch 10 Herzen hattest, nach den Bogen. Doch, also nahezu 10 Herzen hatte ich auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist so viel in der Aufnahme, eigentlich hatte er nur 4 Herzen. Nein, nein, so heftig ist diesmal nicht. Bei mir hat er nicht so viel gezogen, der Schadensprinke. Mir hat er irgendwie 3 Herzen oder so. Dann hab ich wohl nicht richtig getroffen. Du hast mir voll ins Face geschmissen, das Ding. Der, der Schadensprinke war geil, ne? Der Schadensprinke. Mach, ich hab' ich selbst getroffen. Scheiße. Nein. Lass uns wieder hochleveln. Jetzt nur beim Lied, Alter. Das ist lächerlich. Scheiße. Unendlichkeitsbogen. Warum tue ich sowas bei dir rein, Alter? Ohne höchst. Der muss rausgemacht, Alter. Der muss rausgemacht, Alter. Der muss rausgemacht, Alter. Das Spiel, das gibt doch noch voll fertig. Wir können ja noch eine Runde zusammen Jetzt hole ich dich Jetzt hole ich dich Alles klar Er ist immer noch drin, danke schön Achso Tschüss So Runde 3, also steht bisher 2 zu 0 für mich Was Tobis Kid angeht Jetzt hole ich ihn Jetzt hole ich ihn Ganz easy Ganz easy Oh, jetzt fängt er an Ganz easy Die Bogen jetzt sitzen auf jeden Fall schon Er hat auch einen guten Hit gelandet würde ich sagen Der ist gerade mal so knapp an deinem Kopf vorbeigeflogen Holy shit Oh Leute Ich hab grad vorher die FS-Drops da in der Mitte Ja, jetzt kommen die Ausreden wieder Jetzt kommen die Ausreden Fuck auf, Alter Alter Die jetzt sitzen nicht mehr würde ich sagen Oh fuck Fehler im System hier Nicht dein Ernst Was? Der ist schon hier, der finde ich scheiße Runde 2 Jeder besser Fall fließt noch mit meinem Kit Und anders als erwartend Ist bei mir im Kit kein Bogen drin Weil ich ihn jetzt gerade rausgenommen habe Weil Tobis sonst Doch sehr mad wäre, habe ich so das Gefühl Ja, 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 ja Durchaus Alter Oh Leute Der war nicht schlecht Oh Leute Der war nicht schlecht Definitiv ist auch schon wieder zu übertrieben Wenn man Jumbling 1 vs 1 betrachtet Dann Hallo Nein Oh Mann Soll ich mit der Schild vorbei sneaken und so Oh, der ging vollkommen ins Leere Ja, jetzt soll Oh, getroffen wieder ganz klar hier Ohne Goldabfüll, Junge Alter, ja, ich hätte mich löschen sollen Das war dumm gemacht Easy hole ich ihn hier Easy Da steht doch auch nur 1 vs 1 Dann müssen wir noch einen Random Kit aussuchen Um so ein Zeug auszuspielen Ja, eigentlich schon Low Ground ist da Ah, das war knapp Albes Herz Willst du mich verarschen? Aber gewonnen ist gewonnen, der Design Okay, dann steht es damit 1 zu 1 Und Jetzt Was ist denn Trending Kit? So, jetzt ein Random Kit, was gerade Oh Gott, was ist das denn? Nein, Unhaltlichkeitsform Fick dich Unfair, unfaires Spiel Warum ist es doch auch deine Angel dabei? Ja, wow Kriegen wir voll viel mit so Messlingbogen Aber geil, ich hole ihn trotzdem Ich hole ihn Ich bin ihm sicher Oh Oh shit Bist du da hinten auf dem scheiß Bauch Ja Ja Wollte er Sneaky über den unten auch schießen Ja Komm her, komm her Ja, komm, lächerlich, Alter Lächerlich So, 1-0 für mich Und 2-0 für mich Komm her, jetzt Trau dich Ach komm, Alter Und 2-0 für mich Und 2-0 für mich Ich hab' ihn Da sind drei Hits hintereinander Du hast nichts mehr Du kannst nichts mehr haben, außer du Goldabwehr gehessen Was denn? Ernsthaft? Was hast du gemacht? Ich weiß es nicht. Warum hat der Bogen jetzt schon wieder so viel gezogen? Ich habe dich getroffen oder was? Ja. Lord, ich habe halt noch nicht mal den Sound bekommen. Oh mein Gott. Es ist lächerlich gegen ihn, den Bogen zu spielen. Also, gewonnen habe ich am Ende vom Tag. Wir merken uns, wenn... Einziges, der kann, ist Bogenspielen. Ich bin ein sehr guter Bogenspieler und Tobi ist halt im... Tobis Finger, die sind immer so schnell, dass... Alles klar. Da kann ich nicht mithalten, wenn du klicken hast. Alright, dog. Nicht in meinem Alter, du, und das ist... Okay. Naja, Tobi würde schön zusammenschneiden und... Wird schön zeigen, wer hier gewonnen hat. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut bei den anderen Videos vorbei, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und... Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Freitag, tschüss. Bis zum nächsten Mal.